hallo leute abonniere den kanal bibel mit der franziska grenzer klicke aus dem ich lese ein bisschen deutsch ja ich lerne deutsch ich spreche ein bisschen deutsch ok abonniere den kanal bibel mit franziska grenzer klicke klicke auf die bena krieg ich glaube so ne und werde diese digitalen gemeinschaft die ein schatz des ewigen für unsere leben ist ja danke sehr abonniere den kanal bibel mit franziska ich bin franziska grenzer ich heiße franziska grenzer ich bin theologin von beruf und die sprache in diesem kanal ich sprache ich über biblisch biblisch biblia bibel biblisch biblische erzählungen charakteren autarkes erfahrungen urlaube reisen ja und gute oder toxische toxische besiegerungen ja ja haben sie haben sie toxische besiegerungen zu grausamen tragte schäden intrigante falsche menschen aus menschen ja manipuliere menschen aufrungen ihres soziales oder status ihres alter oder sogar ihre ethnie ja herzlich willkommen ich habe auch ich habe auch solche menschen in meinem umfeld ja leider 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 manchmal treffen wir menschen die auf jeden endlich weißer besuchen die emotionen andere zu destabilisieren stabilisieren stabilisieren aber wenn wir den gift zurückgeben dass uns diese toxischen und die bösartigen menschen übertragen stellen sie sich als opfer da sei es wegen ihres autos ihre haute farbe ihres geschlechtes oder sogar ihres soziale klasse in der bibel ja in der bibel hier in der bibel bibel hier ist eine worte in portugiesisch biblia a biblia der bibel in der bibel und der literatur gibt es aus auch gibt es auch charaktere 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 mit diesen verhalten und die profil ja sie verbringen ihr ganzes leben damit das leben andere zu holen zu machen wenn sie unglücklich und unglücklich sind die und sie und die und die die schönheit das leben ja und sie herunischte erheben erkenne können aber wenn jemand herausfindet dass sie wo sachtig wo sachtig wo sachtig manipulär manipulativ und grausam sind fausche und ihr ihr ganzes leben lange eine maske getragen haben haben fühlen sie sich bereichtigen die hole des opfers in der situation zu spielen es sind es sind es sind wahre dämonen 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 ja die sich aus vor 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 hau vor tauter vor tauter vor tauter parnen sie ernie edigen und die misshalden ihre familie familien mitglieder ja aber wenn lassen sie es sehr ernie und die man da auch für ihre ihre ihr woche heit reagieren reagiert 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 sind sie sie verletztes verletztes gebe sich unschuldigun Unschuldigung, 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 Wie Disney Prinzessinnen oberwohl sie extra, extra oder saubere aus den Disney Schlotzen sind. Diese Menschen verursachen, schaden und wollen sich dann aus Opfern dachstellen. Ja, schwer, nicht schwer, Menschen sagen so, ja. Ja, morgen, morgen, morgen Gottes uns weisheiten, wissen, untell, untellwegmogen und verstandenits geben, damit wir nicht so werden. Ja, nicht so werden, diese Menschen, gleich diese Menschen, ist es gut. Eine schöne, ich sage für euch, eine schöne Tage für alle. Denken Sie über dieses Thema nach und lassen. Sie nicht von toxischen Menschen kontaminieren. Ja, es ist gut, kontaminieren. Sie, 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 nicht von toxischen Menschen kontaminieren. Kontaminieren. Okay, alles Gute für euch, denke, dieses Thema, dieses Thema, dieses Thema, das ist meine Meinung. Ja, schade, ich habe einen Menschen, also in meinem, in meinem, äh, Ambient, ne. Jetzt, 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 bitte, abonniere den Kanal, videl mit Franziska Grenza. Klicke, klicke auf, die, den, 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 Tungus Glocke, Bena, Bena, Schrie, Schitt, Tungus Glocke, ja, ich lerne, ja, und werde toll, diese digitale Gemeinschaft, die eine Schaffte des Ewigen für unsere und für mich auch, Leben ist, okay, alles Gute, Küss, Tschüss, bis gleich, Tschüss, auf Wiedersehen, Tschüss.